Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie Texte nach der Erfindung des Buchdrucks überliefert werden? Und du möchtest wissen, wo du die entsprechenden Digitalisate finden kannst? Dann bist du hier richtig! In diesem Video stellen wir von der Mittelalter Germanistik dir das wichtigste Nachschlagewerk für frühe Drucke vor, den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, kurz GW. Nach der Erfindung des Buchdrucks um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurden viele Texte nicht in Handschriften niedergeschrieben, sondern gedruckt. Die spätmittelalterlichen Drucke, die vor dem Jahr 1500 entstanden sind, nennt man Wiegendrucke oder auch Inkunabeln, abgeleitet von lateinisch Inkunabula für Wiege oder Windel. Die Zeugnisse aus dieser frühen Phase des Drucks werden im Gesamtkatalog der Wiegendrucke verzeichnet. Darunter befinden sich nicht nur deutschsprachige, sondern etwa auch lateinische Drucke aus ganz Europa. Weil Drucke in höheren Auflagen produziert werden konnten, sind heute oft noch zahlreiche Exemplare erhalten, die an vielen verschiedenen Orten aufbewahrt sind. Und darum gibt es auch sehr viele Informationen, die im Katalog aufgeführt werden. Der Gesamtkatalog der Wiegendrucke erscheint als Buch. Aber er ist auch als digitale Datenbank verfügbar. Diese kann allerdings aufgrund der zahlreichen Informationen auf den ersten Blick etwas unübersichtlich erscheinen. An einem Beispiel zeigen wir dir darum jetzt, wie du dich in der digitalen Version des GW zurecht findest. Wir suchen eine der frühen deutschsprachigen Bibeln, die vom Nürnberger Drucker Anton Koberger im Jahr 1483 gedruckt wurde. Diese Bibel ist berühmt, weil sie zu den deutschen Bibelübersetzungen vor Martin Luther gehört. Und weil die Illustrationen darin zahlreich sind und sehr einflussreich waren. Um die sogenannte Koberger Bibel im GW zu finden, gehst du auf der Startseite links unter dem Punkt Recherche auf Drucker. Weil uns der Drucker Anton Koberger und das Druckjahr 1483 bekannt sind, können wir diese Information direkt in die Suchmaske eingeben. Der fünfte Treffer ist dann unsere gesuchte Biblia Deutsch. Vor dieser Angabe befindet sich eine Zahl, die sogenannte GW-Nummer. Die GW-Nummer dient der Identifikation der Druckauflage. Im Online-Katalog liegt dahinter der Hyperlink mit wichtigen Informationen zu diesem Druck. Die GW-Nummer ist essentiell, um dich in dieser großen Datenbank zu orientieren. Sie ist dann besonders wichtig, wenn dir der Drucker, das Druckdatum und der Druckort noch nicht bekannt sind. Ein Klick auf die GW-Nummer führt dich nun zu den hinterlegten Informationen zur Koberger Bibel. Neben dem genauen Druckdatum im Februar 1483 wird hier etwa die Größe der Seiten angegeben. Die Zahl 2 mit dem hochgestellten O dahinter zeigt an, dass die Bibel im Folio-Format gedruckt wurde. Das bedeutet, der zugrunde liegende Papierbogen ist nur einmal gefaltet, sodass die Seiten der Bibel über 30 Zentimeter hoch sind. Dann folgen Angaben zum Umfang, zu drucktechnischen Details und zu Illustrationen. Wir erfahren etwa, dass der Koberger Druck einen Umfang von 586 Blättern hat und über 109 Illustrationen verfügt. Auf die Forschungshinweise folgt dann der Abschnitt zu den Reproduktionen. Hier findest du weiterführende Links auf digitale Faximiles der Bibel. So kannst du dich etwa durch die sorgfältig ausgemalten Bilder des Exemplars in Heidelberg klicken. Weil die Koberger Bibel ein richtiger Bestseller war und in einer für die damalige Zeit hohen Auflage gedruckt wurde, ist sie in etlichen Exemplaren auf der ganzen Welt erhalten. Der letzte große Block des GW-Artikels verzeichnet alle öffentlichen Einrichtungen, die eine Koberger Bibel aufbewahren. Zwischen Helsinki, Jerusalem und Moskau fällt dir vielleicht auch ein sehr vertrauter Ort ins Auge. Ja, auch die Göttinger SUB hat eine Koberger Bibel. Diese ist zwar noch nicht digitalisiert, aber mithilfe des GW kannst du die Signatur herausfinden und dir diesen weltberühmten Druck in der Göttinger Innenstadt im historischen Gebäude der Universitätsbibliothek sogar im Original anschauen.